Jaa, entschuldigt die Anmoderation in der letzten Folge, es sind gerade mal zwei Sekunden vergangen. Äh, das muss ich noch üben. Da war ja die Anmoderation ein bisschen besser. Auf jeden Fall, hallo. So, wo war ich? Es ist so lange her. Äh, ah, horizontal war das. Nein, das. Gut. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Oh, coi. Let's see how you perform an overhead attack next. Schöpfe den wunderschönen Pumpkin in half mit einem Unterwärts-Attack! Gut, dann haben wir den Stab. Das ist eine Attacke, die euch für die Persoesigkeit ermöglicht. Stab die Kavage da! Okay. Wie? Was musst du wechseln? Jetzt mach die Arme aus dem Dummy mit einem Angriff von der Morda! Alter, wie geil! So, gut siehne noch. Oh, so weit. Wie? Das ist... Wie ist das? Wie ist das? Okay. Ow. Geht mich zu schnell. Okay. Ein Block! Another! All right, all right. You've got the hang of it. Sometimes it's a good idea to cancel an attack before it is fully committed. This can trick your opponents into parrying early. You can only cancel an attack before it is fully committed. So don't wait too long. Get around my defense three times by tricking me into parrying. And then hit me from real. Geh weg. First possible hit base, please. Also, angreifen. Cool. Und dann? Ah, okay. 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 Well played! Snakey! Well done! Another way to trick your opponent into parrying early is to perform an attack morph. You can only morph from strike to stab or vice versa. To perform a morph, start an attack and then start another attack shortly after. This will morph the original attack into the new one and throw off your opponents sense of timing. Get around my defense three times by tricking me with a morph! What? ... ... Try toрат! ... ï ... ... ... ... ... ... ... Well played! Sneaky! Das ist genug! Ich zeige euch an advanced maneuver called Chambering next. Instead of parrying, you can miramoy attacks with your own attack. If you do this just before the attack hits you, you will act as both as a block and a counterattack. You must match the type of attack to successfully chamber. I will perform a left horizontal slash, which you must counter by performing a right horizontal slash just before I hit you. Get ready! I can't do that. Is he dead? Outstanding! Now we do the same. We have a stab. Stabs are easier to chamber than strikes. All you need to do is perform a stab just before you get in. No need to mirror the attack. Get ready! Okay. Oh! Ich war am Lesen, Mensch. Oh! We're getting good at this. Now play all that you have learned and land five strikes on me. But this time I won't know back. Can I push my legs? Help! Hey! Oh! Oh! Get hit! Oh! Get hit! Get hit! Oh! This is soTextCOME! That is so actionным! Hey, folge mich! Es ist Zeit, mit den Künstlern zu spielen! Was? Oh, Wann... Was ist da noch ein Helm? Kann ich den nicht hier... Wir gehen und schütteln, holen Sie den Kult! Das ist das erste Pickup-Line, das für mich in lange Zeit funktioniert. Okay, jetzt schaue das größte Target 3x! 4 Fäuste? Wie geil ist das denn? Kann ich auch zustechen? Ah, keine Ahnung. Okay, Nummer 4. Ähm, oben Spannen. Ah, okay. Spannen. Wie heißt das? Ach, links. Spannen. Ui... Inner Circle! Okay, dann schaue ich mal ein paar Minuten. So, dann, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. Ach, kann ich jetzt irgendwie abbrechen? Kurs vielleicht vielleicht, oder? J�, äh, wie kann ich? Äh, wie kann ich...? G, R, K, 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 K... Ah, ich klicke OK. Moment. Ich bepulte kurz. Ich überprüfe kurz die Temperatur. 70 Grad Celsius. Na ja. Ich hoffe, dass ich nicht die... Ich hoffe, dass ich nicht die... ...die Aufschlösung etwas unter den... Aufschlösung. Oh. Spannen. Schielen. Entspannen. Aufschlösung. Aufschlösung. Und... Und... Bullseye. Ihr wahrscheinlich nur Glück. Wollen Sie mich falsch zeigen? 3 Hits auf der fülle Target. Ich sehe nicht, ich sehe nicht... Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ah, okay. Inner Circle! Oh. Inner Circle! Oho. Oh... Oho. Oho. I should... I should... Under Circle! Yeah. Ok, ok, I admit. You're a natural. Thank you. However... What separates a true marksman from a talented amateur is the Hans Test. Are you ready for the HADS test? Here we go! HAAAARDS!!! hat denn einer auf dem kopf ich bin zu aufgeregt um zu lachen nein nein ich bin ein naturtalentuch 7 ich glaube ich weiß ob ich die folge nennen werde ich glaube da schreit sich ich glaube da sagt heißt das wirklich ich habe das gefühl da heißt die nemo mann findet nemo von wegen trifft nemo wohl her da läuft immer gleich oder so Ich habe einen Entwurf. Ich habe einen Entwurf? Ich will da einfach abbrechen. Geht das? Ach, rechtsblick, stimmt ja. Oh. I once was an adventurer like you, but then I got an arrow in the elbow. Alter. Ich dachte schon. Ah. Shit. So, irgendwas mit Pferdes. Äh. 14 Minuten drauf. Ja, scheinbar muss ich vielleicht 20 Sekunden machen. Äh, 20 Minuten machen, aber okay. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.